was von wo es geht wenn du siehst Leute ja Leute drauf gefällt es euch ich habe ein Video gerade gemacht das war auf Vavalia das war einfach da hat es war einfach der Typ Tormit hat einmal nichts aufgemacht ich habe ihn die Bandladung mit meinen die Waffe weggeholt nein der macht nichts er steht da weiter macht es nicht auf ich habe die Bandladung wegholt dann sterbe ich wegen ihm weil er nicht aufmacht ich kann ja auch nicht die ganze Zeit da weiter aufmachen der Kampf von unten werden der Tod er ist seltsamspieler auch tot er hat mich Dings getötet Clash warum Clash mich getötet hat frage ich mich auch so ich bin du Wir sind jetzt schon wieder los. Boah, ich hasse das. Ich hoffe diese Runde läuft mir besser, nicht so wie vorher. Warum ist mein Stuhl so nicht drin? Oh Gott, Leute. Irgendwie irgendein Piss hat einen Stuhl niedrig gestellt. Aber ich werde jetzt das Video, Leute. Ich werde leider auch nicht mehr gesupportet von meinen Leuten. Die supporten sich selber. Obwohl die wenige Leute hinter sich haben. Scheiß drauf. Ich soll den Clan supporten. Ich soll supporten, aber mich supportet keiner. Ja, aber nicht. Die Dinge wurden auch neu gemacht. Na 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 na. Wieder zurück. Kamera ran. Okay. I can kill you. You're a little scared. We have a Jackal East. Yeah, near you my right. Protect the Biohazard Container. The Colorado is securing the Biohazard Container. One friendly remaining. They've ceased attempting to secure the container. Von wo kommt der denn jetzt? Was? Ach, komm schon Mira, ey. So ein Arsch wieder. So was von... Einmal kann man hier was machen mit dem vernünftig. Echt nicht immer noch auf. Ah, Minusbremse. Zahn und auf. Nein, du Genie drauf. Der wär aber Papa mit Dings Sprengladung für mich halt. Weil er kann ja nicht ganz... ganz Zeit. Ich klemme jetzt Baba Peel an. Ja, ich bin nicht immer Baba Peel, sondern Baba Shire. Wow, es ist dunkel geworden. Die sieht aber schon echt aus, das Wald. Hallo, es geht mal die Bombe. Das ist so ein Backgrad im Rainbow, du musst einfach zur Drohne wechseln. Und wieder... 10 Sekunden bevor der Einsatzteie. Ungefärtung in fünf Sekunden. Ich hab viele Fühler wie hier ist hier. Immer sind wir eins strategierend. Ja, komm 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 komm. Es ist so ein Wack. Es ist so ein Wack. Da. Ja, ich bin nicht sicher. oder? 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 Ich verstehe nicht nicht. . . . . . . . . . Was ist das? Was ist das? Was ist das? Was ist das? Die erschrecken mich einfach. Ich glaube mit der hier geht es nicht oft. Es geht nicht oft. WTF? Nein, nicht mehr mit. Komm schon, ey, ich veraime mit diesem Typen einfach, mit dem Non-Appleiter. Obf 4, Eliminate all Friendly's. Oh ja, ey, ey, wah, das ist los. unsere Overwatch Leute ich weiß euch gefallen die Videos aber es ist so halt ab und zu muss auch mal was anderes kommen und so Rainbow muss auch mal kommen wieder ich hab diesen Overwatch wie du es dir schon länger aufgenommen die einfach so einfach so in so einem bestimmten Takt ablaufen und wo euch kommen da ist nur so Lücken von euch aber denk nicht Rainbow ist fertig ich denk grad das an ich suche ein paar Supporter hinter mir nicht so so Leute die ich supporten soll aber die mich auch nicht mal supporten sowas suche ich grad nicht also ich suche ein paar Leute die mich supporten wenn ein Clan mich sucht nein einen Clan brauch ich jetzt auch nicht ich hab ja einen Clan noch ich weiß nicht wie lang die wie lang die mir die sollen manchmal supporten die Wichse ich soll sie supporten aber mich supporten die nicht die haben weniger Leute hinter sich Abos und aufrufen für alles nein die supporten sich aber mich supporten keinen Hurensohn von denen schPlus dass dieses te nicht dass Ich bin nicht mehr auf der Seite. Ich bin nicht mehr auf der Seite. Piste. Nein! Ich bin nicht mehr auf der Seite. Sorry. You are being tracked. You're exposed. Your identity has been compromised. Someone is tracking you down. Reload! Someone exposed you. Auf 4. Last operator standing. O. Baba. Häng dich mal, was gerissen anständiges. Wo war der? Krass, der ist hochgelaufen. Na, der hat mich gesucht. Komm wir reißen jetzt mal was mit dem Aber wir gehen auf die AR rüber Wir gucken mal ob ich was mit dieser Waffe reißen kann Dieser verfickten Waffe Scheiß auf Tarnung Nein da muss wenn schon Das hier hin Anhänger Ich war letztes Season Gold ich bin stolz drauf Will ich auch richtig Scheiß drauf ich schreibe jede Piech an alle Piech als Bastard ich weiß aber für mich Das ist jede Mutter ich kann auch Notte sagen Geht auch Notte Ich schreibe jede Schei an Ist mir doch egal was die denkt Ich gehe ja nicht Hallo 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 ich habe nichts getan Also Die Punkte sind komisch 819 13er Pin Ich habe eine neue Leitung bekommen Aber seit dem Update Leckt es irgendwie Ich hatte es sogar schon vor der neuen Season Äh neues Internet Gib es sogar zu Aber es hat vorher nicht geleckt Nach dem Update Leckt es einfach Aber es ist Babier kann natürlich Was ist denn Wir können und ein Still der und Das ist location vor Geh doch weg, du Hurensohn! Nur weil du, Miss Keen, mir in den Weg kommst, soll ich warten jetzt. Go in, Montagne. Waaas? Wie viel, was? Niemals schluckt sie so viel. Ich hab da richtig gegeben. Bitte. Ihr könnt mir nicht sagen, dass sie so viel schluckt. Ohne Spaß, Digge. Ja, ich hab überhaupt noch einmal gerissen. Nicht so wie die jetzt. Von wo schießt ihr? Was ist dann Palmer? Ja, ich hab noch einmal gerissen. Ich habe noch einmal gerissen. Ja, ich hab mich noch verkauft. Mach es nicht in die Zeit. Ich habe mich natürlich auch mal geschafft. Ich werde noch mal viel gehen. Ich habe noch einen Gehirn. Ich werde noch mal devicech halten. Und ich werde noch das in die Handrum habe. Ich werde michyorum. Ich werde noch nicht mehr von dir an. es gibt eine Möglichkeit wie man den Fenster aufmacht ohne dass sie es merken den Dreh habe ich noch nicht raus hätte ich den Dreh raus normalerweise würden die jetzt pushen oh die werden von oben pushen denke ich da war doch ein Kramer Schade ist auch weg oh Papa das geschafft Respekt Respekt diese Waffe naja irgendwie kann ich mit diesen beiden Waffen ich bin diesen beiden der typisch OP mit seinen Waffen aber irgendwie kann ich nichts reißen was den Schalldämpfer haben wird drauf wir stellen mal um den Schalldämpfer und gehen auch mal hier auf Gold rüber und wir verkacken und wir verkacken schon irgendwie kann man sagen wir verkacken instinkt 3 0 4 Schifzer Bauer Mira haben wir ja warum sind zu so gekämpft wir haben doch alle ne sech zu seinen er hat uns schützungen in einer von hinten kommen will hat er eine kämpfe die zwei herrschluss schiefs laufloch schiefs laufloch normalerweise kommt doch mit ich hab mir kein Bucket nicht ich geh mal hier hin oh lol, wer jetzt aufgemacht ich kann es nicht, ich schaff nix mit dieser Waffe oh komm schon, immer diese Dreckskante ja man das ist das gleich, wenn ich komm dort es ist keine Werbung das ist nur hinweist alles klar ja man um abdeckte diese dieses Ding ja man dieses Video er und da hält aber deine Mutter stimmt schneller hat mich schon gedacht wo man hat das Ding gewählt was das was das das ist sogar die normale Lila Schöne ach verpiss dich so lecker ist wer Baba gewesen nein Grim Grim Grim